Hey Lois, was geht es hier noch? Und heute ist für euch ein Live-Kommentary in World War 2, nämlich ein frei für alle auf Pointy Hawk. Mit welcher Waffe werde ich überhaupt spielen? Ich habe keine Ahnung, ich werde das mal so festlegen. Ich werde... Ach komm, Leute, weil wir gerade so schön im Modus sind, nehme ich einfach mal die Kampfhälfte mit. Das heutige Video. Ich werde euch vor allem darum bitten, mir Kommentare zu schreiben. Und zwar geht es heute um die Wiederbelebung der Serie Subclasses, Leute. Ich will unbedingt auch in diesem Game wieder Subclasses zocken wollen mit euch und so weiter. Also, ja moin, erster Kill. Subclasses, wer es nicht kennt, das ist eine Serie, wo ich von euch Kommentare bekomme von irgendwelchen Call of Duties. Sei es Black Ops 1, sei es Black Ops 2, sei es MB3, sei es World War 2. Am liebsten natürlich World War 2 Vorschläge, weil es gerade das neueste ist und ich es gerade am meisten zocke. Und ihr müsst mir Kommentare schreiben. Ihr müsst natürlich nicht, ihr dürft. Alter, hier geht ja die Post ab. Warte kurz. Sehen, haben wir. Und zwar sind das Klassenvorschläge. Ich wäre froh, wenn ihr keine asozialen Klassenvorschläge bringen würdet. Zum Beispiel nur mit Knife. Gewinne dieses Spiel ohne mit Knife, sondern irgendwie, hier zum Beispiel Schrotflinte. Gewinne dieses Spiel mit der Schrotflinte. Digga, die spielen hier alle auch mit Brandmunition, weil ich sie gerade so abfacke. Oder gewinne irgendwie ein Spiel nur mit der Pistole oder irgendwie nur mit einem LMG-Gewissen oder mit irgendwas. Und mein Ziel ist es mit dieser Klasse, die ihr dann vorgeschlagen habt. Ihr dürft natürlich alles sagen. Also zum Beispiel Spiel ohne Streaks, Spiel mit diesem Perk, Spiel mit Zähigkeit zum Beispiel. Und so weiter. Also ihr könnt mir alles in die Kommentare reinschreiben. Und wie gesagt, am liebsten natürlich World War II. Ich wäre wirklich froh, weil ich feiere diese Serie übelst. Und unter diesem Video könnt ihr die Kommentare schreiben. Und natürlich auch unter allen anderen Subclasses-Episoden. Ich werde es natürlich sowieso sehen. Ich bekomme immer eine Nachricht, wenn ich... Ich höre ihn. Ich höre ihn doch. Hallo. So asozial, ne? So. Oh, den habe ich. Sag, Digga, was ist hier los? Das war nicht... Ich raved die gerade voll. Warte, ich nehme hier mal. Alter. Es ist so asozial. Meine Fresse. Also ich hoffe, ihr habt das Prinzip... Oh Mann. Das Prinzip verstanden von Subclasses, wenn ihr es noch nicht gekannt habt. Wenn ihr es kennt, wenn ihr es schon kennt, dann wäre ich froh, wenn ihr die Serie wiederbeleben könntet. Und ich würde mich wirklich über so viele Kommentare wie möglich freuen. Digga, was ist heute mit meinem Deutsch los? Ich war heute gerade beim Friseur. Und darum, äh... Darum ist meine Stimme wahrscheinlich nicht mehr so auf dem Gange, weil sie mir am Kopf rumge... Ey, ey, frech, frech. Wo ist der? Der Typ hat sich gerade voll aufgeregt, dass alle mit Shotgun spielen. Oh Mann, so gut. Oh shit. Okay. Warte mal. Hallo. 17 zu 12, Alter. Die Shotgun macht ja richtig übel Laune. Oh, ey, ey. Frech. Das ist frech. Feindliche Bombe? Woher hat der die? Okay, da oben ist niemand. Oh. Frech. Alter. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ei, 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 ei. So, jetzt kann ich mich hier aufs Gameplay konzentrieren. Üh. Als ob der nicht verstorben ist, Digga. Das ist frech. Frech ist das, dass der da rumgammelt, ey. Dieser Blöde Jan. Oh, komm ran hier. Zack. Hier Granätchen. Auf dem Freien. Und der... Da kommt doch ganz sicher einer. Ne, was? Hier? Nicht? Was? Jawohl. Da haben wir ihn immerhin noch wegeliminiert. Den Kamikaze. Äh, Pointy Hawk. Übrigens auch einer meiner absoluten Favorite Maps. Hey, Mann. Der ist natürlich wieder genau da, wo ich ihn niemals erwarten würde. Und zwar in meinem Po. Das habe ich jetzt schön ausgedrückt. Ich höre ihn doch. Mann, ich höre doch. Der stirbt immerhin. Das finde ich schön. Digga, die Brandmunition ist so... Ich habe so Spaß mit der. Das ist nicht normal. Ich höre ihn. Hey, ich höre ihn doch. Wo ist der? Mann, ey. Hallo. Ich werfe es einfach mal cross. Oh. Hey, Digga. Was ist das für eine... Alter, der hat hier den M1 Garant am Start. Oh, jetzt muss ich aber ein bisschen Gas geben. Hallo, mein Freund. Du kämpfst hier nicht so frech. Jawohl. Da haben wir ihn weg. Eliminiert. Ai. Frech. Der hat mich... Digga, mit was hat der mich gerade geholt? Mit der M1. Oh. Jawohl. Komm ran. Okay. Ich bin gerade überfordert mit der Situation. Jawohl. Oh mein Gott. Ich muss hier ganz kurz nachladen. Zack. Weg eliminiert. Warte, komm. Zack. Noch zwei Kills. Und dann haben wir das Ding easy gewonnen. Hey, von hinten, Mann. Frech, dass der wieder von hinten rumgeiert. Digga, die wollen mich jetzt natürlich alle. Weil ich auch Erster bin. Komm, kein Tod mehr fressen. Da bin ich immerhin bei einer wunderschönen 2er KD. Ich habe übrigens eine 2.11er KD in dem COD. Also, ich finde das nicht mal so übel. Hey, frech, dass der da wieder rumgammelt. Mei, mei. Oder warte, ist der gerade um die Ecke gekommen? Digga, chillt doch mal. Zack, weg mit dir. Und den letzten... Oh, kein Job, schade. Wo ist der letzte? Zack, weg mit dir, Mann. 30.16. Wie gesagt, Leute. Belebt mit mir zusammen. Subclass ist wieder. Ich habe richtig Bock. Oh, ich bin sogar Killkiss. Ich bin sogar den Service da. Ich habe ihn bekommen. Und hier schön die Beine weggefetzt. Zack, zack. Da kenne ich nix. So wird's gemacht, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieder mal ein Live-Kommentary von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschaußen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.